Hey Leute, ich bin´s und zwar heute gibt es für euch ein Motivationsvideo. Hier Whey Isola von Bodybuilding Depot. Einmal vor dem Training und gleich nachdenken, das versorgt auch den Muskel. Und BCAA natürlich. Das ist Aminosäuren, das ist lebenswichtig. Die Verlegung zu den Produkten findet ihr in der Beschreibung. Auf jeden Fall seid gespannt und es ist gleich. Die Verlegung von Bodybuilding Depot. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.